Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Doom. Nicht Doom, er ist immer Doom. Und heute gehen wir weiter. Oh, ich bin ganz gespannt, wie es weitergeht. Uh, wie wird die Story ausgehen? Was für eine Story? Ich habe keine Ahnung. Ich muss alle töten. Ich habe kurz den Spielstand geladen, weil ich die Grafik geändert habe. Und darum musste ich das Ding hier nochmal einsammeln. Kriege damit... Ne, das hier haben wir genommen, ne? So, perfekt. So, was haben wir da so Schönes? Stimmt, die Jungs kenne ich noch, ne? Und schon ist er tot. Sind wir dann noch auf dem Schwierigkeitsgrad nochmal... Genau, ultra brutal. Ich habe die Grafik nochmal ein bisschen hochgesetzt. Und noch ein bisschen mehr Spaß zu haben beim Metzeln, ne? Was bist du denn? Hey! Wer war denn das? Da geht's runter, okay. Da liegt noch Überleben. Hier ist eine Maschine. Ist das die Maschine, die wir kennen? Ich glaube, das ist die Maschine, die wir kennen. Okay. Gehen wir weiter. Obwohl, wir haben da oben, glaube ich, gespeichert sozusagen. Die Folge wäre nicht egal. Wir gehen einfach weiter. Wir wollen hier runtergehen. Aber ich habe so das Gefühl... Hier... Oh Gott! Ja, hat funktioniert. So, was willst du mir zeigen, Kleiner? Was? Kampf unterstützende Drohne. Okay, halte die Waffen-Mod-Taste gedrückt, um eine Selbe mit 3 Geschossen und mit minimaler Streuung aufzuladen. Okay, halte die Mod-Taste gedrückt, um einen bogenbildenden Explosionsschuss aufzuladen. Also eine Handgranate, äh, eine Granate, ja. Schussgranate. Ich glaube, ich nehme das. Kaufen? Wie kaufen? Okay. Ja, das haben wir schon mal sehr gut gekauft. Hallo, Jungs. Ist das der richtige Weg? Ah, danke fürs Leben. Äh, was ist denn das für ein anderer Weg gewesen? Oder haben wir jetzt nur eine Abkürzung genommen? Ich glaube, wir haben eine Abkürzung genommen. Ich muss auch, wir töten. Und selbst wenn ich runtergefallen wäre, wäre das jetzt nicht so schlimm gewesen. Okay, töten wir erstmal die Typen hier. Die gehen wir auf den Sack. So. Zack. Ich mag die Leute, die nicht hier schießen können. Das gefällt mir nicht. Warum töte ich dich? So. Ah, so sieht das Ganze aus, ja? Sehr schön. Ha. Erstmal schön aus dem Mund geben. Puch. Hi. Da kommt er einfach von der Seite angewichst hat. So geht das aber nicht, mein Freundchen. So. Zack. Ein bisschen Batsch in der Hand. Tut immer ganz gut. Du bist. War das Munition? Hey. 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 Kleiner. So aber nicht. Nicht mit mir, okay? Genau. Ich liebe es, die Leute zu schlagen. Ich weiß nicht wieso. Hat was. So. 13 Muni. Da kommt auch einer angescheißert. Zack. Haben wir den Kinnhaken verpasst. Dann ist alles gut. Es gibt keinen Entkommen, mein Freund. Es gibt keinen Entkommen. Siehst du? Schon bist du nur noch ein Match. Hast du irgendwas für mich? Nein? Warte. Was hat er jetzt gemacht, diese Abkürzung zu nehmen? Und ich spüre Erdbeben die ganze Zeit. What bist denn du? Da geht's rein. Ich will da rein. Was ist denn los? Okay. Irgendwie muss man da noch reinkommen. Ich weiß noch nicht wie, aber irgendwie. Ist das, was die ganze Zeit vibriert? Nö. Ach, wenn ich springe, vibriert das. Wieso das denn? Habe ich Gummibine oder so ein Kram? Keine Ahnung. Ich möchte aber da rein. Scheiße. Scheiße. Das Ding. Es soll Munition verschwenden für den Scheiß. Naja, gehen wir weiter. Keine Ahnung, wie man reinkommt, aber vielleicht werde ich es eines Tages ohne euch erfahren. Nachdem ich das Spiel zum 50. Mal gespielt habe auf jedem Schwierigkeitsgrad. Wer weiß. Ich lauf zurück. Ich weiß. Das war natürlich geplant. Oder hat das irgendwas mit diesen Generatoren hier zu tun? Ich glaube nicht. Hauen wir ab. Irgendwann muss es doch sein, dass da unten irgendwas ist. Muss da unten irgendwas sein. Oder aktivieren wir da jetzt irgendwas? Keine Ahnung. Komm, wir gehen weiter jetzt. Jetzt reicht's. Es reicht, Freunde. Wir gehen weiter. Wir suchen natürlich noch hier die Ecken und rissen. Ja, logisch. Ach, hier ist eine Tür gewesen. Nice. Okay. Es gibt immer mehrere Wege zum Ziel. Ich verstehe. Ich würde aber trotzdem gerne in das Loch. Oder in die Tür. Jetzt steht hier immer noch. Komm, das ist doch geplant, dass wir hier rauflaufen. Kannst du mir nur nicht erzählen. Ha. Bisschen Leben, hä? Mehr gab's hier nicht. Das ist jetzt... Okay. Großartig. Großartig. Was ist das denn, hä? Und jetzt? Ich hab' keine Ahnung, wo ich hier lang laufe. Oh, mal zuhause. Uh. Da geh' ich nicht runter. Ist das jetzt hier ein spezieller Ort? Da ist eine Rüstung. Da ist ein Kollege. Der meint, ich hab' feuern zu müssen. Oh. Oh Gott. Nein. Bitte nicht töten. Lässt du dich töten. Geh' mir leben. Danke. Okay. So. Dann kam er her. Ja, kannst vergessen. Oh Gott. Nicht töten. Wo kommt jeder denn her? Mehr als knapp. Ich bin froh, dass ich noch am Leben bin. Ich will mich doch hier umsehen. Hast du das gehört? Ich will mich umsehen. Wollen wir uns mal das Schild. Mann, ich will hier jede Ecke und Ritze untersuchen. Lasst mich in Ruhe. Okay, vielleicht war's einfach nur ein weiterer Weg. Wenn's nichts. Oh, Leben. Ja. Puh. Okay, mir geht's schon viel besser. Ich laufe mal hier lang. Einfach nur, weil's mir gefällt. Zack. Arm ab. Uh, wo, 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 wo. Oh, ich doch. Das wäre ich gewesen, der da am Boden liegt. Ich glaub, ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Da. Das ist schön. Rückrad gebrochen. Nein. Bitte. Ich hab mein Leben zurückbekommen. Okay. Äh, langsam wird's doch härter. Aber. Du kriegst noch gerissen. Du kriegst noch gerissen. Du musst nur ausweichen. Und die Leute verprügeln, wenn sie leuchten. Weil sie dann geben sie mehr Leben. Hab ich gelesen in den Tipps. Haha. Ja. Ja. Ich befolge Tipps, Freunde. Was war das? Keine Ahnung. Drei Rüstung. Wow. Bin begeistert. Und verwirrt, wo ich hier bin. Ach, ich liebe es. Okay. Mir hat das nicht viel gemacht. Doch, er ist nur ein Kipp. So. Wo seid ihr? Glaub ich, dass ich dich suche? Ist mir egal. Erstmal schön. Selber sterben. Shit. 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 Oh. 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 Ich bin mehr tot als lebendig hier. Aber ich krieg das schon hin. Einfach nur die Leute verprügeln. Dann wird das. Läuft er weg. Ne, 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 mein Freundchen. Oh, was für einen Weg zeigst du mir denn da? Ich konnte nicht weiter hinlaufen. Nimm das Leben! Ach man, wieso kann die Leiche nicht das Leben nehmen und einfach wieder aufstehen? Das wäre perfekt. Natürlich. Natürlich. Ich bin zweimal gestorben in diesem Let's Play. Diese und letzte Folge. Und beide. Weil ich mich selbst getötet habe. Ich glaube, wir werden niemals von Gegnern getötet, weil ich mich selber umbringe. Und was ist das? Es leuchtet! Leuchtende Dinge müssten aufgehen. Wo bin ich jetzt? Oh! Hi! Okay, vielleicht war es gar nicht mehr so schlecht, dass man gestorben ist, ne? Waffenpunkte halten. Das ist der Waffenpunkt? Äh, reduziert die Nachladezeit. Ich habe keine Nachladezeit. Höhe die Feuerratte. Reduziert das Auflad... Blablabla. Ja gut Will ich die Punkte sparen? Bekürzt die notwendige Zeit Um einen aufgeladenen Ja komm, wieso nicht? Das gefällt mir Keine Ahnung wo ich bin Huh, ich weiß wo ich bin Aber, dass es ein positives Wir haben noch eine Puppe bekommen Und jetzt zerfetzen wir die Leute Weil ich sauer bin Ihr habt mich umgebracht Dafür bringe ich euch um Huh, die Wand existiert nicht Meinst du verarsche So, dann kann mir ja mehr Katze klicken Haha Ah, ich liebe dieses Spiel Es ist, äh Ich weiß nicht, Wolfenstein hat mir auch gefallen Aber Das hier ist einfach ein bisschen extremer Huh Okay, dadurch verliebe ich mein ganzes Leben Ich verstehe So, dafür kriege ich da aber deine Hand Ich habe mich schon wieder selbst umgebracht Ich habe mich schon wieder selbst umgebracht Zero, könntest du das bitte lassen? So Freunde Jetzt kommt der Serious Mode Habt ihr noch nicht oft gesehen bei mir Der Serious Mode würde ich umhauen Der Serious Mode sagt erstmal, dass ich in die falsche Richtung laufe Und dann holen wir uns die Rüstung So, ihr extra gemacht, damit ich die Rüstung finden kann Dann kriegt ihr jetzt alle aufs Maul hier Ich würde hier nicht mehr rumgespaßt Ich würde euch nur hier aufs Maul gegeben Da und da Komm, hier spawnen doch gleich einer Weiß ich doch Komm doch her Oder auch nicht So Ich nehme hier keine Gefangenen mehr, okay? Nur noch Leichen Oh, der Move war nicht schlecht Oh, läuft da weg, die Kackpratze Oh Danke fürs Schild Oh Gott, ich stecke fest Gib mir Leben Warum hast du mir kein Leben gegeben? Doch, hat er Ich muss einfach nur ausweichen Ich muss einfach nur die Schüssen ausweichen Und die Leute verprügeln Das ist der Plan Die Leute verprügeln Und verbrennen Okay, war natürlich nur Spaß Jetzt kommt der Serious Mode Hä? Was ist denn los? Ja, hab ich eine Stunde nicht gespielt? Und dann kriege ich aufs Maul? Nee Nee, nee, nee Nicht mit mir, Leute Nicht mit mir Nur, wo ich auch ganz schwer gestellt habe Aber egal Dann muss ich die Leute halt noch mehr verprügeln Ich bin schon wieder fast tot Okay, wir bleiben einfach ein bisschen Rühig Dann wird er schon Ich meine, für die Kleinen hier Ganz ehrlich Du bist einfach nur gestorben Du bist einfach nur gestorben Du bist mit deinem Fuß nicht in Ordnung Du bist einfach runtergefallen Und gestorben Du hast nichts passiert Kein Splatter-Effekt Gar nichts Nee, egal Ähm Jetzt habe ich vergessen Worüber ich gesprochen habe Egal Genau Diese Waffe Können wir eigentlich für die Kleinen verwenden Als bei den Großen ist es eigentlich total sinnlos Äh, ja Andersrum Bei den beiden Kleinen hier Ich habe seinen Kopf sofort getroffen Das ist total sinnlos Die geht mir sowieso schon sofort um Wenn man sie anguckt Ja, ja Und dann abhauen, weißt du Da kann ich doch einfach nur ein bisschen aufpassen Nicht zu hektisch Weiße Dann ist alles gut Wow Kollege Und hinten ist unfair Ah ja Ich habe hier einen Doppelsprung Oder so, ne Ich habe hier so einen Doppelsprung Egal Dass die auch überall rumklettern müssen Und mich auch nur verarschen So, wo ist der Typ? Wo ist der Typ? Mich eigentlich verarschen? Ist du da echt durchs Loch? Ich glaube, ich habe ihn getötet Ahaha Naja, ich habe ihn verletzt Aber nicht getötet So Jungs, irgendwann ist gut, ja Irgendwann ist gut So, erstmal zwei Leute verprügeln Alle verprügeln So Leben ist gesichert Hier liegt auch noch ein bisschen Leben Ja, nice Cool Damit habe ich jetzt nicht gerechnet Ich habe mich eigentlich nur umsehen Aber wir haben beide Puppen In diesem Level gefunden Das heißt, in diesem Level Sind keine Puppen mehr übrig Perfekt Ob ich auch im letzten Level Puppen waren Und wie komme ich in dieses Loch rein? Das ist die Frage Und ich in dieses Loch In die Tür Okay Okay, die Türen öffnen sich einfach mal los Ja, nice Danke, Bethesda Dass da kein Weg ist Sonst kann ich ja überall rauf springen Außer da oben Weil, äh Könnte ja nützlich sein Alter, jetzt springt er hoch Komm, gehen wir Ah, das ist eine Granatenkiste Das ist eine Granate auf der Kiste Ich habe Granaten Stimmt, ja Also kann ich die Waffen wechseln Okay Wie wirft man Granaten? Ah, okay Sehr schön Willkommen bei der UAC Jetzt seit 221 Tagen ohne Unfall Ja Ich würde mal sagen Wenn es niemanden gibt Der einen Unfall bauen kann Wie weit aber werden wir schon ohne zu ruhen? Die UAC springt überragende Leistungen Daher gibt es die siebten Tage Woche So können Sie an der Seite Ihrer Kollegen Jeden Tag an etwas Großem arbeiten Hören wir nie auf der Art zu stehen Okay Kein Wunder, dass kein Unfall mehr da ist Weil alle daran gekrepiert sind Sie sich kein Wochenende hatten Wie das war's? Äh, Erkundungen Extras Ähm Elite-Wachen Und Feld-Drohnen Haben wir wahrscheinlich bekommen, oder? Herausforderungen haben wir doch gar nicht verfügbar Okay Das ist bitter E1M1 Was auch immer das bedeutet Befreit aus deinem Gefängnis Im Kampf mit dem Bösen So beginnt der Kreislauf erneut Um die Quelle der dämonischen Invasion zu finden Musst du zunächst den Kommunikationssatelliten In der Ressourcen-Operationszentrale Neu ausrichten Oh Mann, das sind ja hier richtige Propheten Kenne deinen Feind Ich kenne meinen Feind Ich hatte schon meinen Arm sehr oft in ihnen drin Hallo, ich bin Vega Die künstliche Intelligenz Die dem Mars zugewiesen wurde Nach Analyse des Prätorenanzugs Scheint es möglich Optionale Herausforderungen freizuschalten Durch deren Abschluss Sie ihr Arsenal schneller ausbauen können Ich habe ihrem Dossier Einen entsprechenden Eintrag hinzugefügt Ist die uns Herausforderung Der das hier? 2 für 1 2 Besessene mit einer Abzugsbestätigung der Schrotflinte Aha Abwechslung ist die Wurzel des Todes Führe 5 verschiedene Glorykills bei Besessenen aus Das ist leicht 3 versteckte Extras 3 Okay Gehen wir mal unser Bestes Hauptenergie offline Sämtliche Zugänge sind außer Betrieb Ja ja Ich brauche mehrere von euch Auf einer Genau auf einer Stelle Kommt Haha Easy So Waffenpunkte halten Das ging schnell Äh Was haben wir jetzt hier? Verkürzt die Erholungszeit 3 Oh Gott Naja Das wollte ich doch nur machen So das war 1 Hat er mich getroffen wie Sau Das andere Moves hat machen ne? Andere Moves Alter Jetzt komm Ganz ehrlich Das kommt halt von alleine oder? Moment 5 verschiedene Glorykills bei Besessenen aus Es waren noch 2 verschiedene Begreif ich nicht Oder bei verschiedenen Besessenen Wo Wenn ich so ein Extra wäre Wo würde ich mich verstecken? Na auf jeden Fall nicht Ja ist ja schön für euch Dass ihr rumkreischen könnt Aber Ihr könntet mir mal Den richtigen Weg zukreischen Hallo Wo soll ich denn hin? Was ist das da? Rüstung Okay da oben geht's auch nicht lang Hä Wollte ich mich eigentlich jetzt verarschen Oder so? Energie niedrig Dieses habe ich auch schon begriffen Okay es ist das zweite Level Ich komme beim zweiten Level schon nicht weiter Er ist klassisch Ist ja nicht so als wäre das Irgendwie ein Rätselspiel Oder so Aha Aha Okay Vielleicht soll ich doch die Frequenz ein bisschen erhöhen Hauptenergie Okay das hat schon mal nicht gewirkt Das nehme ich gerne mit Noch jemand was von euch für mich? Nein? Was leuchtet da? Nichts Genial Naja Energie An Bestätigt Oh je Topenergie Oh man Ich glaube an Ehrlichkeit Vor allem jetzt Da dies deine letzten Momente auf dieser Welt sind All die Gerüchte Die Menschenopfer Das Höllenportal Die Dämonen Es ist alles Wahr Meine Schwestern und Brüder Ihr dürft dankbar sein Ihr werdet die ersten sein Ihr werdet einen Sitz an ihrer Seite haben Genau wie ich einen haben werde Wir werden Teil einer neuen Welt sein Die sie für uns erschaffen Und das Jetzt Alter Ist mal was Du bist voll dürr Ist mal ein Snickers Ganz ehrlich Du bist nicht dürr Wenn du Uh Wenn du hungrig bist Ich glaube an Ehrlichkeit Vor allem jetzt Da dies deine letzten Momente auf dieser Welt sind Das soll ein Geheimnis gewesen sein? Ernsthaft? Okay Ja ist okay Halt's Maul da hinten Meine Schwestern und Brüder Ihr dürft dankbar sein Ihr werdet die ersten sein So Ihr werdet einen Sitz an ihrer Seite haben Genau wie ich einen haben werde Wir werden Teil einer neuen Welt sein Die sie für uns erschaffen Kannst du mal irgendwie die Klappe halten oder so? Danke Ich glaube an Ehrlichkeit Ernsthaft Da dies deine letzten Momente auf dieser Welt sind Musst du echt überall quatschen? Ach die heißt Oliver Peers Die Menschenopfer Das Höllenportal Die Dämonen So ein Rückweg ist nichts mehr ne? Na gut Wir müssen einfach mal die Karte checken Und gucken ob wir alle Geheimnisse gefunden haben Ja es ist alles wahr Du bist eine Bitch Ich weiß Aber ihr dürft dankbar sein Ihr werdet die ersten sein Ihr werdet einen Sitz an ihrer Seite haben Genau wie ich einen haben werde Wir werden Teil einer neuen Welt sein Die sie für uns erschaffen Und das Jetzt Sie wollen einer gucken Ich glaube an Ehrlichkeit Mell ich die Videos schon platt machen? Das wäre ja ziemlich OP Die sind aber verdammt laut Hast du schlecht geschissen oder was? Da komm du Was soll denn das? Bleib unten Die stecken gerne hoch Bruder ihr dürft dankbar sein Ihr werdet die ersten sein Ihr werdet einen Sitz an ihrer Seite haben Genau wie ich einen haben werde Wir werden Teil einer neuen Welt sein Die sie für uns erschaffen Und das Jetzt Ja ja Jetzt ich sehe schon Ich glaube an Ehrlichkeit Vor allem jetzt Da dies deine letzten Momente Ich höre doch eure Schritte ihr Peller All die Gerüchte Die Menschenopfer Das Höllenportal Die Dämonen Das ist alles Wahr Meine Schwestern und Brüder Ihr dürft dankbar sein Ihr werdet die ersten sein Ihr werdet einen Sitz an ihrer Seite haben Genau wie ich einen haben werde Steck fest Teil einer neuen Welt sein Die sie für uns erschaffen Gott kannst du dich mal die Fresse halten Ganz ehrlich Das nervt Das nervt echt Das ist kein Witz mehr Danke Danke Oh Gott wir sind Vor allem jetzt Lass mich in Ruhe Da dies deine letzte Moment Wo? All die Gerüchte Die Menschenopfer Was fährst du denn? Nein Notfall Sperrung Ich wollte doch durch die Reste erkunden Aber anscheinend ist das ja nicht gestartet Ah jetzt haben wir die von hinten erwischt Felsam Mit dem Kopf heraus Nice Und das war auch spezial Ich habe zu spät gesehen was du für ein Typ warst Tut mir leid Fast hätte er mich umgebracht Fast hätte er mich umgebracht Ihr könnt nichts Hier komm Zack Brauchen wir jetzt noch irgendwie zwei ne Was hat er da gerade gebrannt? Was soll das? Habe ich euch erlaubt mich abzuschießen? Was verschlägt er mich einfach So Was ist das jetzt? Also ich muss sagen Okay Das ist mal seltsam Ähm Es ist gar nicht so schwer auf diesem Schwierigkeitsgrad Ah ich bin schwerer vorgestellt Schon wieder so ne Tür Ah da geht's rein in irgend so ne Treppe Was hat das mit diesen Türen auf sich? Hm Ich verstehe das nicht Müsst ihr irgendwas Spezielles finden? Wo drauf drücken? Soll ich hier rumhopsen? Ich begreif das nicht was es Hm Was sollen diese Türen? Ich könnte kurz Google einschalten Und ich Weißt du was Ich würd sagen wir melden hier einfach mal die Folge Und dann tue ich das auch Was ist los alter? Ich will da rein Wir sehen uns morgen wieder Haut rein Euer Serum Tschüss